Hey hey, hier ist wieder eure rasende Reporterin vom Berg. Wir sind natürlich wieder unterwegs und zwar in voller Besetzung. Susi geht es wieder gut und wir haben hier nice spring conditions am start oder eher nicht. Wir haben nämlich 30 cm Neuschnee und es schaut hier einfach aus wie mitten im Winter und ja ich glaube wir werden ein paar coole Padaturns heute haben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 heute in den Icefield Mountains unterwegs. Das ist von Icefield weg, vom Ort weg und ja das Wetter ist jetzt voll aufgezogen und wir werden da oben auf den Gipfel gehen. Jetzt aufs Karawin und hin und wieder hauen ein bisschen zu knüpfen. Wir haben jetzt wieder die Felle auf unsere Ski drauf gepackt und jetzt gehen wir nochmal hoch und es ist voll cool, es ist gerade richtig aufgezogen, es ist jetzt richtig schön warm in der Sonne. Es ist mega angenehm, nachdem es eben schon zwischendurch noch mal geschnieben hat und jetzt gehen wir nochmal da hoch und dann können wir auf den Fjord schauen, es wird richtig schön. 3, 2, 1, ready to send it! So eine coole Skitour, was sagt ihr dazu, Melles? Ja, schaut am Morgen und Fjord View am Nachmittag. 2, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 20, 20, 20. Untertitelung des ZDF, 2020